hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem projekt crazy craft das wundere mods let's play wo alles passieren kann aber nie das was passieren soll mit dem allseits verliebten le copa arschloch und mir der allseits ja so ich hoffe dass dieser part nicht so ganz so schlimm wird aber da war ich habe ich gefunden ha 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 da ist ein jahre ich von einer zählung sich draus was ist davon meine tür also ne da unten wieder bei dem glas ein zombie mit einer verzauberten mit einem verzauberten helm jetzt aber der helm ja aber ich glaube der tropft den nicht aber ist dadurch stärker so ja so ja ich habe hier war ein bisschen was an meiner kleinen chicken farm geändert das war jetzt 24 gantt oder wo haben die hühnchen wie viele schicks hast du denn davon ziemlich viele mittlerweile so jetzt habe ich zwei stück darf ich mal bei dir gucken wie viele das sind ja klar aber nicht so viele hühnchen wie du hast ich züchte züchte gerade noch ein paar schweine so ja wie gesagt wir wollen heute die kräfte gern eventuell ausprobieren dazu müssen wir aber noch ein bisschen was vorbereiten die kräfte die tnt habe ich habe ich ganz genau und wir hatten also wie gesagt dass eine tnt die uns in die luft schleudern kann und nicht nur uns sondern auch alle mobs die links ja die in der nähe von uns sind das heißt wir haben vor ein käfig zu basteln und ich spendiere das tnt während mein kollege hier die ganzen hühnchen spendiert die wir ebenfalls mit in den käfig rein rein sperren sodass wir mit ganz vielen hühnchen in die luft geschleudert werden und wir sind natürlich auch in dem fall dann kleine chickens also das kleine normale schicks also bestimmt lustig weiß nicht ob ich genug eier habe bestimmt das auch also kommen so viele brauchen wir nicht du kannst ja mal gucken ob das reicht ja ich kann ja dann mal schauen wie viel das sind auf jeden fall müssen uns jetzt auch ran halten damit wir das vielleicht sogar in dieser folge ausprobieren wenn ich dann den nächsten ok kümmerst du dich um das um das ding zu bauen ja auch jetzt schon dabei die brücke ich bin schon dabei ich dachte muss er erst mal sand irgendwie ach so ja stimmt ausschütten ich muss erst mal sand abbauen das muss ja nicht so groß sein der käfig eigentlich nur so einen kleinen so ein käfig habe ich auch schon eigentlich wäre ich schon fast soweit ich wäre schon fast soweit ok ja ich baue trotzdem noch ein bisschen sand ich habe auch schon ein paar eier ich werfe die hier schon mal ein toll 15 eier ein kleines chicken oh ich hoffe dass viele hast du die eier geholt von mir nein das kann sein dass ich da aus versehen mitgenommen aber wo hast du die denn sonst klar dann tut es mir leid dann übernehme ich jetzt gerade mal deine arbeit schon machen ach so es kann sein dass wir wieder vom server dann gekickt werden ja das weißt du das heißt sobald das sie ist so schnell wie möglich auf multiplayer klicken und join wieder na ja klar so das wird bestimmt so lustig gleich ich freue mich jetzt schon ja ich baue gerade noch ein bisschen sand ab hier sehr gut ich habe hier schon ein paar also für mich baue ich das wasser na soll ich dann schon mal kann ich mir dann eier von dir nehmen dann müssen weil das dauert irgendwie dann doch ja aber erst mal ob es genug sind also ich habe jetzt 1 2 3 4 5 6 6 hühnchen habe ich schon das ist doch schon mal was so und ich habe wir hatten ja letztes mal die spannende animal tnt ja und da konnte ich mich hier war auch wieder voll der flop und eine witch konnte ich mich verwandeln jetzt na ja wie soll ich die kohle spinne als favorit ich brauche eigentlich nur die bad die welt dich selbst ja und den squid hast du auch ja bei dem braucht man ja auch manchmal ja selten aber ist okay dann mache ich den auch noch und ja das war es eigentlich auch schon gut ich gehe jetzt einfach mal bei dir rein sammelt direkt noch ein paar eier ein also nicht so viele ok sechs stück gut oben in deiner kiste sind die richtig ja sehr gut ich weiß nicht raus sind ziemlich wenige nein hinten in der ecke rechts rechte ja wie viel ist denn nicht alle ich stelle noch nicht alle wie viel du brauchst doch ich will jetzt meinen schicken fahren wieder neu machen ja aber doch nicht mit so vielen eiern oder doch ja gut wie eine zeile kann sie komplett leer machen ja ich habe ich habe noch nicht meine zeile genommen so wie mache ich das denn am besten dass ich viel schneller erwerfen kann gedrückt halten oder ja aber ich treffe damit auch die anderen hühnchen ist doch egal die kriegen einen schaden davon doch kriegen die nein haben sie bis jetzt zumindest bei mir noch bei mir werden die ganz kurz rot ja aber die kriegen keinen schaden davon stimmt das ging mal schauen ne tun sie nicht sehr gut das ist neu so ich überlege ob ich alles zu hause lassen sollte falls ich doch sterbe ja mache ich auch habe ich auch gemacht als ich die ausprobiert habe das wird so geil die kleinen fliegen ja auch schon langsam runter ja ja das einfach alles in der waffenkiste so meins das reicht wird eng aber es leckt schon ein bisschen also nicht bei mir sondern das server ein bisschen weil das sind jetzt schon so viele weil die muss ja alle auch synchronisieren und so wo sind wo bist du denn eigentlich hier bei mir die baum bau wie sowas eigentlich immer bei dir auf wenn du nicht so viel platz hast hier kommt hier runter ist es okay oder wollen wir noch mehr wenn schon richtig ne ich will schon mal das tnt ja oh man oh man oh man so gleich haben wir es klappt das sollten ja genug sein oder auf jeden fall aber nicht dabei wirklich bis auf das ich muss jetzt erst noch ein ganzes kram ablegen er ist sogar eins was im boden rennt ich erst noch ein keks wiederkommt ja es dauert noch einen moment weil ich muss erst mal etwas hier habe ich alles rein so muss ich erst noch das tier hast du ein feuerzeug dabei ich weiß ich glaube ich habe auch keins holen ja holbar ich muss nämlich noch was essen das tnt nein danke so ich bin gespannt stört ist eigentlich irgendwie in der sich essen ich nicht oder nämlich nicht jetzt auch glaube ich jetzt wird schon drüber wollen wir das wollen bis warten des tages jahre konnte jetzt machen okay alles klar ja man sieht ja eigentlich aber jetzt soll das direkten creeper jetzt in der nähe ist und der und alles zerstört ja deswegen beeil dich ja ich bin da du auch ja sehr gut okay okay los zünder ach so nein ich muss erwarte ich muss ein hühnchen erwarte jetzt mal mit warte 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 hallo ich sehe nichts hallo 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 kollege und sprengung hühnchen 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 ich hätte das etwas vergessen das wäre eine böse überraschung gewesen so es kann losgehen ich bin neugierig er fühlst dich oder hab ich das wird super das wird so super direkt sollen wieder ja ja oh oh ich bewege mich kaum ich mich auch nicht wie das aussieht wo bist du nach oben geflogen ich bin ich nicht hey ha 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 oh mann oh ey oh minnow wo die ganzen kleinen chicken sind sind die weg Hahahaha wie sieht von th na das ganz grosses kino flopp genau wie meine komische torch kanter Hahahaha ne da son noch welche hier ja die fliegen jetzt ganz langsam runter hier Die kommen mir alle entgegen wie das aussieht Ah, geil, da fliegen sie an, die drehen sich sogar, die drehen sich, okay, oh, ist das cool, die fliegen ganz langsam runter, oh, das ist voll niedlich, ach, ist das schön, das hört gar nicht auf, das hört gar nicht auf, das werden alles mehr, ist ja lustig, das ist echt cool, okay, gut, die können wir jetzt einfach verrotten lassen, ich weiß schon, was ich mache, so, damit hätten wir das auch abgehackt, okay, das war ja nicht so gut wie die, das ist davor, aber naja, macht ja nichts, mit dem Chicken sah ja auch lustig aus, so, ach, scheiß drauf, das Ocean TNT kriege ich sowieso nicht hin, was bist du denn hier, spiel, ne Obsidian Spinne, also falls du Obsidian brauchst, ja, also ich habe gemerkt, ich kriege keine, keine Dings TNT hin, keine was, keine Ocean TNT, alter, das war nicht dein Ernst, oder, wollte ich machen, wollte ich bei dir in den Keller setzen, das ist so ein Arsch, weißt du, dass die auch Schaden macht, Achtung, was, 3, 2, 1, bumm, hä, ach so, das ist deine komische Bett, wahrscheinlich, hier, nein, ich habe eine 500 TNT reingeknallt, wo, hier, da, wo die Chickens waren, ach so, nein, das machst du wieder sauber, das, komm, ich habe, ich habe schon die letzte Folge, damit verbracht, die ganzen Dinger wieder zu stopfen, ist total ätzend, einfach nur, ich mach, ich mach Wasser rein, okay, Alter, wieso hängt das so, hast du wieder irgendwas gezündet, nö, noch nicht, ach, was macht denn diese Spinne hier, Ich habe auch voll viel, oh, bitte, bitte, mach das wieder zu, das ist total nervig, kann ich die Spinne anbrennen, nö, gell, du brennst hier gar nichts an, Bist du auch gerade am Kämpfen? Ja, aber ich habe nur ein Feuerzeug, um die abzuhören, Skeleton Chicken, warte, bleib da, wo du bist, Ich habe hier doch irgendwo, irgendwo habe ich hier doch Knochen, Ob zulчно, ja, ich habe welche, okay, hey, wo habe ich denen getan? Ich habe jetzt keine mehr, die ich dir geben kann, merke ich gerade, Habe ich die verloren? Ich habe das soll jetzt extra so sortiert, dass ich die hier jetzt einfach nehmen kann oder nicht, Ne, meine, das hat vielleicht die Verballert, Ach, das ist, ach, egal, was, da, 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 So, die ganzen Federn, das brauche ich noch, das ist noch hier, das, 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 und das. Was denn? Iron Spider, direkt vor meinem Fenster. Ich mag diesen Smash-Bett, der ist genial. Ich glaube, ich brauche mir noch einen, wenn ich meinen Kaputt mache. Ja. Ja. Ja, ich habe ja auch irgendwo so einen Ding empfehlen. Ne, den goldenen habe ich. Ey, diese Iron Spider, die hat einfach 30 Hit-Points. Das ist voll unfair. Aber ich habe keinen Bock wieder hier zu fahren. Obwohl, eigentlich muss ich ja noch mal treffen. Oh, der Eisen getroppt, aber genau eins. Ein Eisen, ganz tolle. Ja, muss ich sehen. Diese Klaviermusik passt überhaupt nicht. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Ach, genau, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte, ich hatte ja nämlich noch ein bisschen was... Naja. ...was ich in die Truhe packen muss. Quatsch, weiter Knopf. Wo habe ich das denn wieder hingetan? Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade... Wollen wir noch ein Animal TNT machen? Wir brauchen eine Kuh, ja. Mann, das ist aber echt ätzend, dass da wieder so ein Loch ist. Ich bin hier immer hinterher, die irgendwie zu stopfen. Vor allen Dingen habe ich nicht mehr so viel Erde. Ja, okay. Finde ich echt, finde ich echt fies von dir. Ja gut, dass ich schon alles bei dir gemacht habe. So. Also, falls du eine Obsidian-Spinne siehst ja und du ein gutes Schwert hast. Eisenschwert reicht eigentlich, ne? Ich habe nur ein normales Schwert. Aber es gibt 6 Hit-Polzen. Hast du einen Stein? Da hast du nur ein Steinschwert oder was? Ja. Okay. Ich habe noch keinen Eisenschwert gemacht. Na gut. Wir sollten vielleicht nur erwähnen, dass wir auch das Gras mal umgestellt haben. Das haben wir doch schon gemacht. Ja, aber nicht erwähnt, oder? Doch, haben wir. Brauchst du jetzt eigentlich so ein Ding, um so einen Illusion-Clop zu machen? Das würde ich dir ja spendieren. So ein Placerod, ne? Wäre nicht schlecht. Wenn du doch Bock hast. Irgendwas wollte ich machen. Ich habe es echt vergessen. Das gibt's doch nicht. Die ganze Goldrüstung geht mir sowieso auf den Keks. Ähm. Was haben wir denn hier noch? Och, hau ab jetzt! Nein! Das Schlimme ist, ich will noch so viel bauen. Dammit! Mano! Habe ich noch Holz? Ich habe doch gerade schon wieder so viel Erde hier hingesetzt gehabt. So. Da sind Knochen! Jetzt wahrscheinlich das Ding weg. Ah, was so eine treulose Tomate. Es ist wirklich weg? Toll, ein Zombie mit einem Skelett-Kopf. Doch, da ist es! Ah, das kann sich nicht von mir verstecken. Renn nicht zu dem Skelett. Das ist nicht dein Vater. Na, bist du sicher? Vaterschafts-East. Geht nicht mehr, es ist tot. Okay, das ist fies. Nein, das Creeper-Chicken auch noch. Och, das kotzt mich so an. Aber ich muss noch farmen. Ich muss noch farmen. Nein! Ja, jetzt sind die ganz viel... Nein! Und jetzt wird es langzer Tag! Nein! Hier, nimm, nimm, nimm den Knochen! Nimm den Knochen schnell! Och, scheiße! Wer hat denn das kaputt gemacht? Hast du den zerschossen? Was? Nein! Nur nicht! Was denn? Worum geht's denn? Du bist hier in meiner Nähe oder machst das Loch zu? Ich bin an dem Loch da am Zumachen! Ach, das ist aber nett! Das hätte ich echt jetzt nicht von dir erwartet! Ja! Dankeschön! Gell? Ist doch sehr nett von mir! Ja! So, dann vermehre ich mal wieder hier meine Creeper-Chicken! Yeah! Oh yeah! Das ist guter, wenn dich Zombies irgendwie stören oder so, dann kannst du die einfach wegknocken mit so einem Smash-Bad und dann hast du deine Ruhe! So! Vermehern! 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 Liebe machen! Ihhh! Liebe machen! Dein Ernst! So! Weißt du was? Ich hab noch keinen einzigen Hamster gesehen! Ich auch nicht! Wäre schon, wenn man die mal craften könnte, was? Ja! Oder wir legen im Creative-Mode irgendwo einfach so eine Kiste voll mit Spawn-Echseln! Oder so! So! Holz! So, komm! Die paar Minuten möchte ich wenigstens noch das machen! Es ist Tag geworden! Das ist gut! Aber es ist echt geil, dass man das direkt im Crafting-Table sieht, ne? Das ist super! Was denn? Ja, das mit dem Fragezeichen! Das wusste ich echt nicht! Tja! Und du hast die Mod vorgestellt, mein Freund! Ne, hab ich doch gar nicht! Hahaha! Echt nicht? Ne! Not in of Items! Noch zu! So, jetzt ist es! Dankeschön! Ja, da stehen noch ein paar Blöcke überflüssig rum! Aber das ist ja kein Problem! Ja, das macht ja nichts! Ich bin bereit! Jederzeit! So, soll ich jetzt noch so ein Animal TNT machen? Was wir noch zum Abschluss in die Luft jagen? Können wir machen! Gut! Ich brauche auf jeden Fall TNT! Und für TNT brauche ich Gunpowder! Und Sand! Sand habe ich einstellen! Ach, ich geh hier! Hahaha! Quallen fischen! Ich fische gerade Quallen! Echt, wie ist das gemacht? Ich habe mir ein Quallenfischernetz gebaut von Spongebob und habe mich passenderweise auch in Spongebob verwandelt! Also, jetzt kannst du auch wirklich Quallen fischen? Ja! Dafür brauchen wir aber keinen Spongebob! Ah, ich habe keinen Beef! Siehst du mich? Hörst du mir zu? Wir brauchen einen Beef! Glaub ich noch! Hier! Guck mal! Komm mal zu mir! Ja, gleich! Uh! Und noch eine Quale! Ich habe schon 21 Quallen gefangen! 22! 23! Ich muss einfach nur klicken oder was dafür! Wo bist du denn? Ich bin bei mir! Im Haus! Nein, nicht mit einem Schwamm im Wasser! Ach da! Alter, wie böse der guckt! Echt guckt der böse? Ja, sehr gruselig halt! Mit so Riesenaugen und komplett falsch gemacht! Ach, egal! So, jetzt! Wo ist denn das Beef? Ich muss es suchen! Äh, ich glaube da ist ein Bug! Warte! Ich guck mal oben! Ja! Ups! Der Airblock war nicht mit Absichten! Habe ich schon wieder abgebaut! So! Ansonsten habe ich keine! Sag mal nimmst du dir gerade Sachen weg! Da ist Beef! Zwölf Mal! Eins reicht! So! Recht habe ich echt Beef da oben! Ja, du hast doch noch erzählt, weil so viele Kühe da waren das letzte Mal! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Hey, wieder mit Gedächtnis hier! Wollen wir den jetzt noch? Wollen wir das nicht für nächstes Mal machen? Weil wir sind ja schon bei 20 Minuten! Ja! Dann hätten wir wen wir... Ich meine, wir haben das jetzt mit dem... Gravity TNT und da hätten wir vielleicht auch wieder was lustiges! Okay! Dann machen wir es ja! Aber dann darf ich jetzt noch bauen, oder? Ja, ja! Noch ein paar! So Jellyfisch! Und wie konnte man was daraus machen? Und zwar Jelly! Ah! Natürlich! Man muss Jellyfisch in den Ofen werfen! Wer macht das nicht? Ist doch klar! So! So! Tien! 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 attempt so 04 Auch so L utiliziert für Ich auch hätte und gehe weil Intro Also weiß was meine? Okay! Ich versuche nicht wissen mal, ob ich es doch Einen alles fertig ist. Ach, also kann man auch selber herstellt! wieder mit milch ja ich will so ein sandwich machen mit so mit jelly und peanut butter was kann ich eigentlich mit lied ohr machen led das ist das immer so für für das bleibt damit kannst du machen munition so hier diese ecme rüstung ist die eigentlich besser als die normale rüstung das ist doch diese roadrunner und so weiter diese firma diese spezielle sachen entwickelt in den zeichenträg serien okay kann sein keine ahnung habe ich gerade nicht so dreck cobblestone sonst ich weiß echt nicht ob sie überhaupt so viel besser und sonst richtig echt mal kraften aber ich habe kaum noch ganz oder merke ich gerade doch habe ich noch ein bisschen so noch ein paar von meinen gunpowder chickens machen oder creeper chicken sind es ja keine gunpowder chicken so und das nächste kann ich auch wieder meine farm abernten also ich wäre jetzt dafür dass wir mal schluss machen ja können wir gern machen okay dann wird es bestimmt also dann der nächste episode mit der enemy tnt ja und hoffentlich haben wir dann endlich mal nach so vielen folgen wo wir dann endlich eine kuh haben müssen vielleicht machen wir die mal wirklich in der großen fläche dann kannst du einfach von oben die also schnell die kuh rausschnappen vielleicht im wasser da geht ja nicht viel kaputt eigentlich oder ja das wenn ich so nähe da können wir uns nichts machen okay alles klar bis gleich tschüss